Du da, komm, mach schnell, bitte. Himmelsmenschen, sie sind am Fluss. Sie sind wie ungebetene Gäste, wandern umher, machen Dreck und ziehen weiter. Doch diesmal war es nur eine Person auf einer kleinen Insel mit einem grossen, ungestürzten Baum. Lassen wir etwa zu, dass sie mutiger werden? Ein Mensch ganz allein? Ist die Person noch dort? Ah, die Person hat's schnell gelernt. Sie wurde verjagt, ist schreiend weggerannt. Da musste ich herzhaft lachen. Aber ich mache mir Sorgen, was einen Menschen dorthin lockt. Die Himmelsmenschen werden immer kühner, führen sich auf, als gehörte ihnen dieser Ort. Ich möchte sie einfach nie wiedersehen. Danke, Eva. Danke, Eva. Danke, Eva. Danke. Danke, Eva. Danke, Eva. Danke, Eva. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben alle einheißen, 2.50. Das war's für mich, Herr Schultz! Das war's für mich, Herr Schultz! Danke, Herr Schultz! Ich kann Sie bekommen, Herr Schultz! Ich war's für Wagen. Ich bin unter dem Weg! Ich bin unter dem Weg! Butch, der kreischt ist. Wider axe ist! Ich bin unter dem Weg! An aller Einheiten, Feind entdeckt! Reiß das Feind an! Oh Gott! Schaut dich nicht aus! Super! Dann sind wir raus! Gut! Acht? Sie sind hier zurückgefallen! Ach! 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 An alle Einheiten! Feind entdeckt! Achtung! Warnstufe 1! Protokoll folgen! An alle Einheiten! Feind entdeckt! Achtung! 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 Die Anlage ist zerstört! Alles ist zerstört! Okay! Unsere Maschinen sind in der Luft! Der Wald heilt! Jetzt sollte ich den Nektar finden! Schätze, das meiste haben sie mitgenommen, als es laut wurde! Hey! Weißt du, ich beobachte seit Monaten, wie Pandoras Luftqualität schlechter wird! Und jetzt wird sie endlich besser! Nicht wesentlich, okay, aber es ist ein Anfang! Was? 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 Weißen Sieg Jungf3-E9002K000? Who? Okay. Ich bin viel zu früh aufgewacht. Ich bin viel zu früh aufgewacht. Musste immerzu an die Gerüchte denken. Die Grünschne... Die Grünschnebel sagen, der Ort westlich der Steinsäulen sei... Hey Priya, hab was gefunden. Sieht wie eine Namensliste aus. RDA-Namen. Und ihre Station? Oh, sowas wie ein Dienstplan nehme ich an. Du bist echt clever. Klaus die Liste und trittst den Leuten... Was? Oh, warte eine Sekunde. Du willst was? Solik ist interessiert daran. Sehr interessiert. Zeigst du sie ihm, wenn du im Hauptquartier bist? Ihr könnt ihr Benutzen erufen rider bauen. Ha! Ah. Danke schön. Ah. Ah. Ach. Den Linz prozess muss riefen eerst. Was ist das? Was ist das? Okay. Was ist das? 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 Was ist das?